Stefan Kneer. Ich denke, Olle Vosse-Schöffert. Das ist Lenny Rubin. Der Lenny. Nils Thorbrücke. Wir sagen Nils. Ganz klar Olle. Ich glaube, da sind einige Spieler. Kann man jetzt keinen speziellen nennen. Viele. Max Holst. Wer haben wir denn? Anton Linscog. Olle. Lenny Rubin. Weiß nicht. Ich muss noch mal überlegen. Da ist das alles spontan. Da würde ich alle Skandinavier einbeziehen, das Schwierige in Einzelpersonen zu sagen. Sag ich Alex. Stefan Kneer. Stefan Schauer. Chucky. Fällt mir jetzt keiner ein. Ich denke, alle gleich viel. Christian Björnsen oder Ian Weber. Ich denke Christian. Christian Björnsen. Und das ist Alexander Fels. Ich. Olle Schöffert. Ich denke, der größte Spaßvogel sind vor allem die Skandis. Der Alex. Olle. Schwierig. Ich vielleicht. Anton Linscog. Das ist schwer. Wieder der Olle. Auch Olle Schöffert. Weiß ich wirklich nicht, weil ich oft relativ schnell weggehe, aber tendenziell eher auch die jüngeren Spieler. Ich denke, Till Klimke. Maximilian Holst. Stefan Kneer. Das ist mein Sitznachbar. Das ist eine Katastrophe. Ich denke mich nicht. Und das ist mein Sitznachbar. Das ist mein Sitznachbar. In der Japanese hiszener Verbindung. Zum Moment.